Das war's für heute. Das war's für heute. Hast du wieder was? Ich krieg nichts aufgeschaltet. Ja, Mondkap kommt. Ah, ich hab aufgeschaltet. Ich hau mal zwei raus, oder? Wo hast du nur einen? Okay. Ich hab sogar den roten. Das rote Quadrat. Ich hau danach ein paar FFR raus. Weil ich den raus habe. Einer ist raus. Das rote Quadrat. Das rote Quadrat. Was? Ich komm zurück. Ich komm zurück. Hast du was? Ne, ich krieg wieder nichts. Das ist ein Auto. Ich hab keine FFR Papiere geschaut. Es kann nichts mehr in die Zeit kommen. Der eine. Der eine. Der eine. aufgeschaltet, ist raus. Nächster Anflug. Ist raus. Ich weiß. Das MHQ ist da nicht? Das habe ich schon gesprengt. Okay, ist raus. Ich hätte es gemacht. Ausgezeichnet. Oh, guck mal, einer hat er disconnected. Ja, so bringt man einen Samstagnachmittag rum. Hey, da steht einer mit einer Fahne. Ja, das bin ich. Und ich auch, oder? Ja, das bist du mit dem... Ihr bist der SF-Typ. Er steht noch. Im Gegensatz zu den Feinden. Ich habe einfach nur so reingestraved. Vielleicht habe ich mit der GAU getroffen. Schöner Nacht. in der GAU der GAU Untertitelung des ZDF, 2020